In der Klemme. So ist ganz gut die Lage dieses LKW in der ostchinesischen Stadt Jentai beschrieben. Der Fahrer hat am Freitag sein LKW hier unter der Brücke festgefahren. Er wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer erklärte später, dass der junge Fahrer sehr unerfahren sei und sich in der Gegend überhaupt nicht auskannte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017